Folgenreich verlief die Begegnung zwischen einem Reh und einem Pkw in einem Waldstück zwischen Mindellau und Katzenhirn. Eine 48-jährige Mindelheimerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Ortsverbindungsstraße unterwegs, als ihr plötzlich ein Reh vor das Fahrzeug sprang. Bei dem Ausweichversuch prallte sie in einen seitlich neben der Straße stehenden Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus mit ihr heimgebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.